Willkommen zurück zu einer Runde Far Cry 3 Multiplayer. Ich habe gestern schon probiert aufzunehmen, aber ich habe bei Facebook gepostet und bin halt in kein Spiel reingekommen. Der hat immer nur eine neue Lobby erstellt, weil er kein richtiges Spiel gefunden hat, zwar kein gutes. Nur Gott weiß, woran es lag. Aber egal, jetzt funktioniert es wieder und dann dachte ich mir so, ja, nimm es ja mal kurz auf. Bevor du hier ohne Chance hier verdattelst, die da eventuell nie wiederkommt. Ich verstehe auch nicht, warum das so war, aber wahrscheinlich hat gestern Abend allgemein unser Internet voll rumgespackt. Von daher bin ich einfach noch froh, dass es funktioniert. Und ich direkt mal tot bin. Na, holt er mich? Daaa! Vielleicht da hat er da. Vielleicht? Hallo? Komm, komm, komm. Ja, komm, da komm. Ha, war so knapp, ey. Ich meine... Ah ja. Immerhin wollte ich das versuchen. Ist aber schon mal nicht schlecht. Boah, der war aber richtig schlecht. Hey, ich hole dich. Hol dich. Nein, oh man. Der war richtig schlecht. Der war total daneben gut, leider. Muss ich auch, dass man wieder reinkommt. Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Seit einer Woche vielleicht oder so. Aber eine Woche nicht zocken. Irgendein Spiel ist schon lang. Hier oben war der vorher. Ich glaube, da oben auf dem Dach. Er scheint jetzt nicht mehr da zu sein. Probiere ich mal da hoch zu kommen. Boah, wir gab... Boah, ich glaube, ich werde das Visier auch wieder ändern. So, nur nicht in welches. Aber, dass man vielleicht mal eins drauf macht, das nicht so so... Beziehungsweise, wo man dann keinen so krassen Tunnelblick hat, wenn er auf dem Fünder mal dann... Biatch. Leer loslassen. Nein, komm zurück. Nein. Oh, verdammt. Biatch. Ach, benutze halt nicht die Seilrutsche, dummer Passat, ey. Ja, wenn ich mal die Vektoren nehme... Ja, auf die habe ich jetzt mal Bock. Auf die habe ich Bock. Vielleicht bin ich mit der auch besser, weil meistens legt er irgendeine Waffe. Zeig keine Angst! Zeig keine Angst! So. Da haben wir schon einen. Gucken wir mal, da hinten nochmal. Ich sehe da oben ist auf jeden Fall einer, aber der wurde wohl von dem einen weggenutzt aus unserem Team. Gehen wir halt mal weiter da hoch. Gucken wir mal unten. Und was ich mir eventuell noch überlegt habe, oh, wäre vielleicht jetzt noch ein Crysis 3 LP. Wobei das Spiel jetzt auch schon seit einer Weile draußen ist. Und es schon von einigen Leuten LPs dazu gab. Wollen es vielleicht doch einige noch bei mir sehen. Müssen wir mal gucken. Naja. Verloren. Du mich tötest, kommen 10 andere an meiner Stelle. Ihr werdet die Insel nie bekommen. Verrückte, drogensüchtige Fick. Äh, was? Danke, Mann. Danke. Mhm. Da schreibt man doch gerne mal ein fröhliches GG. Ich bin ja erst mitten in eine Runde reingekommen. Nein, halt. Au, wow, wow. Wow, 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 wow. Das heißt, ich hänge jetzt nochmal eine Runde dran. Wollen wir jetzt hier direkt mal alle? So. Können wir direkt vielleicht... Hä? Wieso kann ich keine Bewaffnung ändern? Ach, egal. Egal, es scheint wohl ein Bug zu sein oder sowas. Ah, egal. Mal sehen. Güge. Yeah. Schreibt da. Schreibt da. Der Güte. Team Deathmatch auf Unterschlupf kommt als nächstes, so wie es aussieht. Di Valt. Oh, nein. Die Valt. Mm. Ja. Okay, wir, wir. groups, kooper fluesat. Egal, es scheint auch ein tuna. Ich weiß, was wir hierher. Und da, wie wir jetzt auch hierher. Und da war und da war. So, nehmen wir gleich die Vector Unser Lieblings-Waffe 5, 4, 3, 2, 1, 0, go, go, go Wir werden uns unsere Insel zurückholen Okay Ja klar, alles klar, sag mal Oh, ja, fuck Ja, okay, der Au tut da in Sinner 2, der auch tut Der nächste rennt da rein, der wird auch gleich gekillt Hm, naja, mal gucken Vielleicht macht das er auch, nee, okay Alles Noobs in unserem Team, wir werden uns schon wieder gnadenlos haben Die Zogen sieht man hier Sehr schön Ah, mal sehen, vielleicht kann ich unserem Team doch noch zu Ruhm und Ehren da helfen Ich alleine so weiß Ja, WTF Ach, Huren, ey, fuck off Muss ich gleich mal schreiben, ey, ich hab gar keinen Bock mehr jetzt Die Runde ist da, scheiße, ey Ich bin jetzt in der CDB für 16 Weil, wie jedermann weiß, es liegt immer nur an der Waffe, die man hat Leute, werden sie sterben An allen Waffen, die ich immer hab Oh Hui Halt, yes Toll Wortwärts Cool, eigentlich in Fuckshry 3 hat mich noch niemand gefunden Oder in Fuckshry 3 hat mich noch nie einer nachgeschaut, sag mal Daddy ist doch mal Stylo Milo, ey Wenn du das Video siehst, fühl dich gegrüßt Okay, er ist aus meinem Team Alles klar Oh, der ist ja gar nicht aus meinem Team Ach, genau Ach, so ein Scheißdreck Ach, so ein Scheißdreck Trick Fuck mich grad echt so voll ab, irgendwie 0 zu 4, das ist schon ein bisschen frustend Da muss was passieren Boah Hui Schnell weg Ah, von da kam ich wieder Na komm, holt mich einer Ja, aber bitte Ah, alle totes, kann man echt vergessen, ey Toll, ich komm wieder ans größte Noob-Team, das gibt Wieso kommen Noobs immer in die Noob-Teams, das ist doch voll unfair Ich find die Teams sollten wir ein bisschen besser mischen Juhu Endlich mal wieder Oho Keiner macht uns Platz Du musst aufstehen Oho Holen wir dich mal Für uns Niemals Auf Speer sind bereit Kill ist es 50 Ah, besser als nichts Juhu Außer Hüfte Das Blöde ist halt, dass das Visier so eigentlich Ziemlich krass spiegelt immer Bisschen hinderlich Bisschen hinderlich, aber Ich würde Ja sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein, ey Das sind überall Gegner, ey Das kann doch wohl nicht sein Besteht Der ganze Server nur aus Gegnern, oder was kann doch nicht sein? Wo ist denn mein Team? Boah, 4 zu 6, das ist natürlich schon extrem bitter Und unsere Speer sind oben Okay, ich nehm definitiv wieder die Vector, die MP5 haut ja mal gar nichts Also wenn der Far Cry zockt, Vector ist auf jeden Fall die einzig wahre Waffe Gibt keine bessere Waffe Meiner Meinung nach, weil auch mit der Vector, auch wenn die so schnell schießt und so viel verzieht auf Distanz Das haut einfach immer noch am meisten weg Vor allem, man muss ja nicht alles immer reinhauen, was man hat Na ja klar, jetzt kannst du auch vergessen, dass hier mich irgendwer holt, weil hier viel zu viele Gegner sind Und mein Team, beziehungsweise besser gesagt, mein Team auch komplett eigentlich verstreut ist Wäre besser, wenn man in dem Spiel die Teams auch wechseln könnte Wäre auf jeden Fall sehr geil, weil dann könnte man Ich muss nachladen Ich muss nachladen Unsere Speer sind aktiv So, renn in deinen Hut Boah, knapp Oh, Hilfe Ich muss nachladen Ich muss nachladen Boah, war aber knapp, ey Ja, genau, Alter Ohne Mist Ein Hacker-Sondergleichen Ne, okay Ich nehm vielleicht doch jetzt mal wieder die P416 Ich muss jetzt alles mal durchspielen Mal mich Spiesen an die P416 gewöhnen, weil die vielleicht auch Für die Freiheit Weil man auf der Entfernung ein bisschen mehr weghaut Nein, nein, nein Das ist unglaublich Das ist unglaublich, man Unsere Speer sind unterwegs Überall Nur Gegner Das ist gerade echt krass Ich hab gar keine Lust mehr auf das Spiel, wenn ich ehrlich bin Ich hab voll Lust gehabt, das ist gerade aber Irgendwie ist mir die Lust jetzt komplett verflogen Die da geht Oh, mein Gott Vertraue mir, das ist Wasser Danke Ja, ist ja ganz toll Scheiß drauf, ich mach jetzt einen Cut Ich hab keinen Bock mehr Vielleicht mach ich nachher noch eine Runde, keine Ahnung Egal, bis zum nächsten Mal